Verlieren Sie manchmal den Überblick über die vielfältigen Risiken und Compliance-Anforderungen in Ihrem Unternehmen? Bleiben Sie Herr der Lage! Managen Sie Ihre Risiken, Informationssicherheit, Audits und vieles mehr in NAs, der Software für Ihre Governance, Risk-Managements und Compliance. Alle Apps zentral in einem Tool. In der App Risikomanagement haben Sie die Möglichkeit, Risiken, die in Unternehmensbereichen oder Prozessen auftreten können, zu dokumentieren. Mit geeigneten Kontrollen und Aufgaben können Sie dann dafür sorgen, dass die Risiken gar nicht erst eintreten oder Sie zumindest bestmöglich dafür gewappnet sind. Mit dem Informationssicherheitsmanagementsystem, kurz ISMS, sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Informationen und Daten. Legen Sie fest, welche Prozesse und Assets geschützt werden sollen und mit welchen Maßnahmen Sie für deren Schutz sorgen. Setzen Sie die komplette ISO 27001 sicher um und tragen Sie so dazu bei, das Vertrauen von Kunden und Partnern aufrechtzuerhalten. Das Audit-Management in NAs hilft Ihnen, jedes Audit zu meistern. Sie können Ihre Audits planen, durchführen und nachbereiten, ganzheitlich, vernetzt mit Ihren Prozessen und komplett digitalisiert. So bestehen Sie jedes Audit und sorgen für die kontinuierliche Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse. Für den Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO steht Ihnen in NAs die App Datenschutz zur Verfügung. Dort können Sie alle DSGVO-bezogenen Aktivitäten und Dokumentationen zentral verwalten. Dokumentierte Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzvorfälle und Betroffenenanfragen können Sie so ganz einfach für Audits und Berichte nutzen. Mit der App Ideenmanagement können Ihre Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitenden direkt zur kontinuierlichen Verbesserung Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse beitragen. Dort haben Sie die Möglichkeit, neue Ideen einzureichen, Initiativen zu starten und alle Fortschritte zu überwachen. Freuen Sie sich auf viele weitere Apps, die bald für Sie bereitstehen und Ihnen dabei helfen, Ihre kritischen und erfolgsrelevanten Prozesse und Assets zu beherrschen. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Live-Demo. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.